In unserem Dörfer, da draus am Land, da stehen drei Häuser ganz nah beieinander. Das ist die Kirche, der nimmt der Wirt und auch das Schulhaus, wo man studiert. Drum ist bei uns noch, wie's immer war. Wer Politik macht, das ist ganz klar, der Bürgermeister ist stolz und gescheit. Doch wer regiert, das wissen die Leid, der Lehrer. Die wissen alles im Fall des Falles, der Lehrer. Die haben die Leid im Dorf studiert. An unserem Stammtisch erzählt der Wirt, wer was mit wem hat und was passiert. Der Pfarrer lächelt mild und klug, er hört im Beichtstuhl schon genug. Und unser Lehrer, ein braver Mann, der weiß, wer dumm ist und wer was kann, bleibt stets gelassen und nie in Wut. Er klärt den Schülern, was man nicht tut. Der Lehrer, der Lehrer, der Pfarrer und der Wirt, die wissen alles im Fall des Falles. Der Lehrer, der Pfarrer und der Wirt, die haben die Leid im Dorf studiert. So ist gesorgt für Leid und Sehnen, auch für die Bildung ist wer zur Stell. A bisserl Tratsch hört man auch gern, doch Mittelpunkt sind die drei Herren. Der Lehrer, der Pfarrer und der Wirt, die wissen alles im Fall des Falles. Der Lehrer, der Pfarrer und der Wirt, die haben die Leid im Dorf studiert. Die haben die Leid im Dorf studiert.